Ich bin Michael Zobel, Naturführer und Waldpädagoge. Ich lasse mich als Naturführer näher zu sagen, ich mache hier Führung. Ich sagte klar, Mai 2014, erste Führung. Wir wussten nicht, kommt überhaupt eine Sau und es kamen 50 Leute, das war toll. Wir waren mächtig stolz. Seitdem geht das weiter, 35 Monate hintereinander. Ich kam zwischendurch mal eine kleine Plaute, da waren es mal 40 und mal 30 Leute. Dann irgendwann waren wir mal über 100, dann über 200, über 300. Im Oktober letzten Jahres, rote Linie, 2016, 1.000 Menschen. RWE sperrt die Straße, RWE möchte gerne diese Führungen verhindern. Die möchte nicht, dass wir in den Wald gehen, die möchte nicht, dass wir diese Bilder zeigen. Aber wir machen auf jeden Fall weiter. Und jede Maßnahme von RWE, das zu verhindern, macht uns noch stärker, uns noch größer. Wir sind auch ein Lerner, grade是我 Flahn. Wir setzen uns fest. W Griffios Teil. Das쉽te Dinge. Wir werden zuh.... Und jeder HER zu verhindern, sagt er Nay. Es geht noch weiter, genau so gut zu werden, 2 Sachen Essen. Wir müssen auch einen Schまず oder שange Zeit. Wie soll ich sagen, im Herzstück des Restes des Hambacher Waldes. Hambacher Wald, das ist eigentlich auch eine traurige Geschichte. Wir sind in diesem Teil des Waldes, wunderschön, immer noch, aber es sind nur noch 10% des ehemaligen Waldes. Das Landesvermessungsamt spricht von knapp 6000 Hektar, die mal da waren. Davon sind 90% verschwunden vom Opfergefallen der Tagebau Hamburg seit den frühen 80er-Jahren. Und wenn wir hier an dieser Stelle stehen, mit diesem Teich, der im Moment wenig Wasser hat, mit den Bäumen rundherum, dann müssen wir uns auch klar machen, wenn alles nach Plan läuft, und ich und viele andere Menschen hoffen immer noch, dass nicht alles nach Plan läuft, aber wenn alles nach Plan läuft, dann ist an der gleichen Stelle, wo wir gerade stehen, in wenigen Jahren ein knapp 500 Meter tiefes Loch. Das ist ein kleinesあと Applaus Applaus Einen wunderschönen guten Tag Hallo Wir waren mal in Aachen im Autonomen Zentrum, da haben sie davon erzählt So ein Vorbereitungstreffen vom Ende Gelände oder so eine Information zu haben Da haben wir vom Hambacher Forst mal erfahren und dann waren wir dem immer so ein bisschen entfolgt Oder wollten immer mal hier hin, klang wie echt interessant und bewegend Jetzt aus reiner Neugier oder auch weil was da so ein Gedanke mit verbunden wird Ja genau, natürlich, weil es irgendwie die richtige Sache unterstützt und für Werte kämpft, die wir auch vertreten Und denken, dass es wichtig ist, dass man eben nicht allzu sehr Mutter Erde ausbeutet für komische Sachen zu verbrennen Genau, und es ist irgendwie sehr beeindruckend Das ist irgendwie 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 beeindruckend Oh stapster Das ist irgendwie beeindruckend Doine Musik Musik Es ist irgendwie neu Das war's. Wir hatten überlegt, ob wir diese Strecke abkürzen heute, wegen der großen Gruppe und wegen der mangelnden Zeit, aber dann haben wir beschlossen, wir nehmen genau die Strecke wie im Oktober und wer im Oktober dabei war, der sieht jetzt auch warum, weil als wir im Oktober hier waren, da stand dieser Wald noch komplett, alles was jetzt hier gefällt ist und man muss das einfach sehen. Natürlich mache ich hier auch viele Worte, aber eigentlich wären sie gar nicht nötig, wenn wir fragen, warum machen wir das hier, warum machen wir diese Führungen, warum kommen die Musiker, warum kommen die Filmemacher, ich glaube, das hier spricht für sich, das ist auch der Hambacher Wald, der Hambacher Forst, das ist noch übrig, wir haben nur noch diesen kleinen Rest und auch der ist erhaltenswert, das ist das Ergebnis, hinter dem nächsten Ball, da fängt das Loch an. Kännst du das Land, wo die Mohnflüben blüht, am Korbfeldrand und in Wiesengrün. Hältst du das Land, wo die Wälder rauschen, der Sonne entgegen und diesem Regen lauschen? Hältst du das Land, wo die Dörfer erzählen, wo Jahrhunderte alte Menschen leben? Und nicht die ganzen aus Eisen und Stahl, der alles Leben zermalt und zermalt, der Bagger von Rheinbraun, der Bagger von Rheinbraun. Hältst du den Bauernhof im alten Dorf? Von Vater zum Sohn ging er immer fort. Der Bagger von Rheinbraun ist 200 Jahre alt. Jetzt hat die Rheinbraun in sich gezahlt. Der neue Ruhm, der ist halt mal so klein. Da fahrst du vielleicht mal eine Schweinekurve rein. Wir wollen nicht mehr, sondern Kohle haben. Damit wir im Farben schick können baden, sagen die Raufbretter von Rheinbraun. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.